Weihnachten ist Geschichte, der Frühling kommt, Ostern steht vor der Tür. Auf diesem Wege möchten wir allen unseren Zuschauern, allen Mitgliedern, allen Partnern da draußen alles, alles Gute zu Ostern wünschen. Wir wünschen euch ein frohes Osterfest, schöne Feiertage. Bis dann! Hey ihr Lieben, ganz, ganz liebe Ostergrüße von deinem Team aus Ahram. Macht es euch gemütlich, aber vor allen Dingen bleibt sportlich. Tschüss, bis bald! Moin Leute, wir vom Viva Fitness Warnsort wünschen euch eine frohe Ostern, nächste Zeit und vielleicht sieht man sich auch mal an den Feiertagen hier trainieren. Tschüss! Hallo zusammen, das Viva Fitness Warnsort wünscht euch frohe Ostern! Moin Fitnessfreund, liebe Fitnessfreundinnen, wir vom Viva Fitness in Leer, deinem Fitnessstudio der ersten Wahl in Leer wünschen dir ein frohes Osterfest vom gesamten Team. Ja, auch von mir alles, alles Gute zu Ostern, verbringt eine schöne Zeit mit der Familie, zahlt auf das Zeitkonto ein, lasst euch, ich weiß gar nicht, kriegt man zu Ostern auch Geschenke? Ich glaube ja. Okay, dann lasst euch reichlich beschenken und ja, wir wünschen euch eine schöne Zeit. Liebe Mitglieder, wir wünschen euch schöne Feiertage, hoffentlich verbringt ihr sie mit euren Liebsten, schöne freie Tage hoffentlich auch und das ganze Team Viva Fitness Warnsort wünscht euch... Auch ganz viel Spaß und freuen uns auch, euch über die Feiertage oder auch im Anschluss wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bis dahin, viel Spaß! Wir wünschen euch frohe Ostern aus dem schönen Studio in Möneshausen. Hey, ich bin Julian aus dem Viva Fitness aus Aale und das ganze Team aus Aale und ich wünsche euch eine frohe Ostern! Hi, liebe Sportsfreunde, wir wünschen euch und euren Familien natürlich frohe Ostern! Ja, von mir genauso, schöne Ostern, schöne Feiertage, viel Erfolg bei der Eiersuche und vor allem habt kein schlechtes Gewissen, wenn ihr hier und da mal ein bisschen mehr Schokolade isst. Ihr wisst, unsere Studios haben auch an Feiertagen für euch geöffnet, genau, auch an Feiertagen für euch geöffnet, deswegen bleibt fleißig und kommt auch an Feiertagen zum Sport. Also, alles Gute und schöne Ostern!